hallo und herzlich willkommen zu einem neuen part von mitsino wir haben im letzten part das glas gemacht wir haben diese eierschale gemacht wir haben wir haben nicht sehr viel gemacht werden glaube ich nur gestückt die mit den elefanten hier nicht elefanten mit den chameleons die also wir sind nicht sehr weit gekommen jetzt habe ich mir das ding noch gar nicht auf sich eingeprägt ich habe es nicht aufs muster geachtet leute das wird sich jetzt rechnen das wird sich jetzt bestimmt richtig nicht aufs muster geachtet habe ja jim jim es darf eigentlich nur so hier sind nur so lila sein also so hier darf kein lila dabei sein guck jetzt mal nach so zu bruchstücken und hoffnung dass ich hier vielleicht so ein gutes bruchstück finde das genauso wie hier darf eigentlich erst mal nur orange und rosa sein wahrscheinlich hier auch musst du krass orange nicht gedacht dass es ja das hier ist hier ist es auch nicht hier ist ja so ein mega rotes ding du willst dich dran ok verstehe ich was hier geht schon so ins blaue erne aha gucken wir hier darf es jetzt nur so dieses hellblaue und ding sein durch den wird es wahrscheinlich erst mal in die richtung so gehen so aber wir kommen wir sind schon weiter gekommen aber auch nicht sehr weit könnte was weißes so sein oder das hier nein jetzt bin ich rausgetappt weil das nicht so leicht nervt also das macht mich schon wieder so ganz ich kann das nicht leiden wenn da die katzen also so am rumspringen sind dann denke ich immer die klauen jetzt sofort noch ein stück oder so was ich noch brauche oder was ich noch nicht gefunden habe und dann ist es weg über dem einen wo ich denn gesucht habe aber einfach nicht gefunden habe und wir niemals erfahren werden bzw ihr schreibt vielleicht schreibt das mir in die kommentare aber Katzen machen mich wahnsinnig das ist so große stücke ja Ich weiß nicht wohin damit. Genauso wie das hier. Das ist so krass. Die Farbe tut schon ein bisschen weh in den Augen. Das muss ich ja schon mal zugeben. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Ich habe keine Ahnung. Aber du könntest doch da so hinkommen. Dann machst du hier so ein Schnitzerein. So, langsam, langsam, langsam. Langsam, aber sicher. So, so, oder? Ja, doch, so. So wird ein Schuh draus. Das war aber jetzt auch ein blödes Muster. Oha, okay. Loch in der Mitte, oben Wellen, unten Orange und so. Und Loch in der Mitte. Die Wellen waren oben. Wahrscheinlich ist das eher so in die Richtung. Also, ihr wart unten, das weiß ich. Also, blau kommt mal nach oben. Die kommt hier unten hin. Da muss ich gleich gucken. Und in der Mitte war ein Loch. Seht nix. Soweit ich weiß. So. Du wirst wahrscheinlich zu dem Loch gehören. Du wirst wahrscheinlich zu dem Loch gehören. Nau so wie ihr beide. Und ihr. Man könnte ja jetzt meinen, das waren so zickzack. Das ist erstmal weg. Die waren so nach oben. Da müsste man nochmal was zusammenkriegen, oder? Dimm, 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 dimm. So, ihr gehört auf jeden Fall zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass du hier vielleicht hier so drunter passt. Nee, nicht ganz. Ähm. So. Jetzt willst du doch ein bisschen durcheinander. Das krieg ich ja hin. Aber das braune halt so. Ne? Das ist halt das, wo ich denk so hell. Das ist halt so. Dimm, 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 dimm. Jetzt würde halt noch ein bisschen was fehlen. Ich hätte gedacht, dass die beiden zusammenpassen, aber anscheinend nicht. Ich kann schon mal vor. ig, dimm. Und dann sollte das zweite hier. Dürfen wir auch nicht vergessen, dass das hier irgendwo mal ja auch so reingeht, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, weil ich weiß ganz genau, die hellen Stellen, also die hellen Wellen waren oben. Da muss es doch so hin, oder nicht? Ach, das geht doch auf die andere Seite, ich dachte, das wäre hier schon abgeschlossen. Klar. Oder hätten wir das? Da würde ich sagen, dann kommen ja die braunen Stellen, da sind die. Aber gefühlt fehlt mir doch hier noch einmal orange, oder nicht? Das ist oben, würde ich sagen. Und die macht jetzt irgendwie ein bisschen in die Mitte. Obwohl du konntest da sehr gut hinkommen. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. 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 Das muss wahrscheinlich das hier sein. Ah, dann fehlt hier noch. Na, langsam kriegen wir das Loch aber zu. Was haben wir? Nur noch das hier. Der muss spitz reinlaufen. Ah, der geht so. So, 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 so. Ja, wir haben es. Oh, okay. Um die Gürkchen, unten keine Gürkchen. Um Gürkchen, unten keine Gürkchen. Kann ja nicht so schwer sein. Sagte sie. Weg da, ihr seht nichts. Also echt jetzt. Mit Gotten. So. Die Gürkchen kommen ja erstmal mit der Zeit nach oben. Wollen wir schon mal das falsche Gürkchen? Wow. Und die Striche kommen zusammen. Hier. Weil die ja doch recht beieinander waren. Das ist auch unglaublich seltsam. Ich hätte ja gesagt, das Gürkchen. Das will nicht. So, da sind zwei Gürkchen, die zusammen passen. Irgendwo fehlt mir hier noch so eine kleine Gurke. Also es gibt hier mehrere Gurken, die kein Unterteil haben. Oder ein Ohrteil. Oder ein Ohrteil. Könnt ihr ja erstmal versuchen, alle Gurken irgendwie ein bisschen zueinander zu finden. Aber nur die wenigsten sind irgendwie gefühlt. Kompatibel mit so anderen. Genauso wie, dass ich die ganze Zeit denke, dass da so eine Gurke reinkommt. Da kommt wahrscheinlich auch eine Gurke rein. Die Frage ist nur, welche Gurke? Das Gürkchen, was wir noch nicht ausprobiert haben. Versucht mich gerade so ein bisschen an den Streifen gerade hier so zu orientieren. Aber das sind ja schon doch kräftigere. Das wird auch immer dichter. Und dann fehlt mir auch immer noch von manchen Gurken das Unterteil. Und dann fehlt noch von mir im Hintergrund. Dimm, 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 dimm. Um... Ich komme aber auch bei manchen nicht drauf. Bei dem denke ich hier, das muss so ein riesen Ding sein, aber auch vielleicht muss es gar nicht so groß sein. Oder ist es zusammengesetzt einfach? Komm, du bist doch jetzt bestimmt das hier so. Könntest du doch da hinkommen? Uh, wir kriegen es hin, wir kriegen es langsam hin. Und du denn da so? Ha! So wird ein Schuh draus. Dann hätten wir aber immer noch die hier. Was die auch alle so unterschiedlich haben, ne? Jetzt die Frage, ab wann wird das? So. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe hier schon wieder so einen komischen Zacken drin. Was soll denn das? Ach, Menno. Genauso wie das hier schon wieder was abgerundetes haben. Aber das kann ja nicht mehr so groß sein. Also es ist ja legitim. Das hat jetzt aber gedauert, du. Oh nein! Okay, okay, okay. Also, 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 also. Die hellen kommen in die Mitte. Unten war, glaube ich, dun... Ich ziehe mal zu viel mit einmal. Unten war, glaube ich, dunkel. Und die waren oben. Und in der Mitte kamen diese, diese komischen anderen Dinger da. So. So. Du bist mittig. Ihr markiert wahrscheinlich die Grenze zu unten. Und oben. Und oben. Ah, du gehörst zu oben mit hin. Dann haben wir das aber schon mal so grob vorsortiert, würde ich sagen. Und ihr kommt noch so irgendwie mit hin. Riech schon mal oben, ha, so einem geht es ja eigentlich immer dunkler. Ah, Luca ist bestimmt zusammen. Das habe ich mir noch gedacht. Da fehlt noch so ein kleines Eckding da drunter. Ich hätte jetzt gesagt an sowas, aber so im Nachhinein könnte es auch genauso gut hier hin passen. Haben wir denn sowas Gewähltes? Und jetzt sowas ganz Spitzes. Ah, ich hab's. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht... Nanu? Das hat... Das hat einfach getriggert, obwohl ich das gar nicht probiert habe, so wirklich. Also es war nicht die Intention dahinter. Aber das war doch eine viel größere Schüssel, oder? Die sieht zu klein aus. Ja. 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 Das war nicht Quell. Hmm. werden die zu nach unten mehr du hätte ich jetzt gedacht dann müsste hier oben noch irgendwie was hinkommen das sieht doch schon mal na gut doch nicht ich hätte gedacht dass da noch mit hinkommt aber du hast ja das so dann sieht das schon ganz anders aus jetzt jetzt gedacht das überfordert mich mehr aber gut wir haben das blaue hier noch nicht gemacht also sollte ich vielleicht noch nicht so große töne spucken aber wir haben schon mal einen oberen unterteil dann kann das andere ja nicht mehr so schwer dann oder da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das geht ja, das ist noch human Das ist ja noch alles voll human hier Ich hätte jetzt gesagt, jetzt haut es mich richtig weg Dieses DLC ist schon knackiger, ne? Finde ich Und ich sehe schon, wir sind schon wieder drüben Oh, 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 das kriege ich hin, das kriege ich hin Aber jetzt nicht Vielleicht kriegen wir das doch nicht hin Oh, schuld speichern, ja bitte Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen Ich hoffe, wir... Oh, das sind noch fünf Stück Ich hoffe, wir kriegen die nächsten fünf In dem nächsten Part zusammen Ich werde mir Mühe geben Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen Auf Wiedersehen und bye bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.